Hallöchel, liebe Meister, ich hab hier Platz und zwar war das nämlich ein Blatt, wo, ähm alles drauf, wie wir das ausbauen sollen, ja, super ähm wir haben ja nicht Slavily Slav Treppen haben wir ja auch noch, ich glaube, aber ähm ich weiß jetzt nicht, ob die genügen werden, ich glaube, ich hoffe, ich hab noch so aber ich ich schätze mal, also schätzen wir so, ähm, dass das wirklich nicht reichen wird ähm, und jetzt heißt es erstmal ab zu haus und, ähm, was geil ist, das ist unsere 40. Minecraft-Folge das ist schon mal nicht schlecht hier, Mensch, und sag nicht, ist so dunkel doch, es wird Nacht wir gehen eben kurz knacken, ach ja, wir haben ja die Monster jetzt an, ne das heißt, Essen habe ich dabei, das ist gut ähm, das heißt uns, also bei uns verschwindet auch leben so gehen wir mal knacken, hallo scharf, alles wird so wir haben es 10.40 morgens ähm und bei uns im Norden, da hat so geil geschneit, aber es ist so heftig glatt, ähm, als ich heute Morgen, ich glaube, das war um 8, war das glaube ich, ja, ungefähr so um 8, ähm, ähm, la, weil er lag ich draußen, genau, bin ich mit meinem Mund rausgegangen und bin, ich glaube, ne, ich bin dreimal auf die Fresse gefallen, weil das so glatt ist, also echt Hammer, ey, das war echt heftig ja, ja, und ich hatte so ein Gefühl, als hätte ich mich mal nur ausgelacht, ne ja, ähm, ähm, ich überleg gerade, so, ähm, hier lang so, anders konnten wir das nicht machen, sonst werden die Mannschaft mal hier rüber gesprungen aber hat ja alles geklappt, hier alles und, ähm, da sind wir auch schon bei uns am schönen Haus stein zielt treffen und hier irgendwo in der Nähe ist wohl ein monster oder sogar im haus, ich weiß es nicht oh man ey, der ist wohl sauer oh nein, du nicht oh wo bist du ich finde dich, ich mach dich kaputt, du Arsch ach ja, oder da unten in der Hürde, kann ja auch gut sein ach, ach, mensch, 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 das klappt hier ja heute gar nicht ach so, wir haben sowieso zu wenig Treppen, das sehe ich gerade weil hier kommt quasi auch nochmal so eine Teile hin ähm, wo hab ich auch gesagt ähm, keine Ahnung ähm, Parfos melden sich wieder ach toll so, ähm was ich jetzt noch gefragt wurde ist, wie ich denn zum letzten Plan gekommen bin so, ähm, das ist eigentlich kurz und knackig das, ähm, das war so, wie war ich also ich war mit einem Kumpel unterwegs und haben eine Lahnparty bei ihm geschmissen und, ähm, er hat auch Let's Place gemacht hat Let's Place gemacht, macht sie nicht mehr und dann war ich einmal dabei, wie er das gedreht hat ähm, hab auch mal mitgefädelt und fand das eigentlich auch sehr spannend und, ähm, dann habe ich auch mal zuhause so aus Fun eigentlich gemacht so, äh, also ein Let's Play jetzt hier und, äh, ja, es war sehr, sehr cool und, äh, meine Nase ist so dicht, na, das Glück, ich glaube die gar nicht so, äh, ich nehme jetzt mal ein Schwert in die Hand und, äh, laufe nach Hause, weil, wir brauchen noch ein paar Treppen obwohl, ähm, reichen werden die sowieso nicht dann können wir hier schon mal verlegen, weil sonst vergess ich das so, hier oh mein Gott zack 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 und zack dann kommen hier noch welche hin so, der muss weg zack so, hier kommt noch einer fahren ach mensch, ey, das ist doch hier alles blöd so, dann können wir jetzt hier noch an, ein, drei, äh, drei, dran klatschen so, ähm, und dann holen wir jetzt mal eben kurz auf paar Treppen, beziehungsweise wir müssen ja noch Holz, äh, äh, wir müssen ja noch Kabelstone einbrennen und, ähm, ich mach mal eben kurze kleine Pause, weil, äh, ich muss ja kurz was tun, ist geil so, liebe Freunde, da sind wir wieder, ich muss ja mal was umstellen so ich nehme da Schwert in die Hand und laufe nach Hause schalalalalalalalalalala so, hier ein paar Erfahrungspunkte sammeln, ähm, wenn wir Level 30 sind, ähm, dann werde ich ein Achievement machen und zwar mit einer Spitzsacke und am 24. werden wir hier ein paar Weihnachtsgeschenke finden, ähm, was ich mich hier gewünscht habe vom Weihnachtsmann war einmal, ähm, zwei Spitzhacken aus Diamant, ähm, was waren wir noch, ähm, einen Chief Man Table, so heißt das glaube ich, ähm, ein Diamantenschwert und, ähm, ich hoffe mal ich bekomme alles, weil ich war, ich war glaube ich in diesem Jahr sehr sehr gut und sehr sehr nett, ja glaube ich zumindest, ähm, äh, also, äh, blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so ich mache dann noch mal eine kurze kleine aufnahmepose bis gleich so da sind wir wieder eben was dem kurz was umstellen hier und das können wir jetzt machen das ist so eine schöne alte frage und mich ein paar monster monster mit dem monster party und dem monster man kann den text nicht und das lied ist auch schon arsch alt alles aber das habe ich mal so gerne gehört aber jetzt nicht mehr von wir wollen das mit dem monster war die und dem monster buch ich doch so ging das um ach wirst du was wir gehen mal schwimmen uhr b ja wir sterben gleich wenn wir jetzt hier nicht hochkommen wir brauchen ein scharfschützer damit er den hund klingen können ich hoffe mal hier teils sind nur im kopf uhr ach was war ich denn da ich bin kein scherberlein so ich bin das schwert in die hand und warte bis hier ein monster kommt und um ja ich hoffe diese dinger spawnen jetzt auch hier weil polo h hallo hallo hollungs worden die dann ist hier wen ist das hier doch zu hell ach da oben ist einer ohr ich wollte weg springen ich habe einen knochen gefunden oder sogar zwei und ich mache jetzt mal entschuldigung dass wir jetzt hier wieder schieten aber ich brauchte unbedingt knochen deswegen habe ich einfach mal krebs hat wohl 20.000 macht weil es war nötig und hier der letzte schlag so haben wir wieder ein paar items gesammelt wenn ich das jetzt gehe folgt der mir auch komm mit komm komm schon mit hier kriegst du noch einfach mir er folgt mir juhu kommst du mal so weißt was jetzt machen wir ständig hier mitten auf dem weg macht es ja fein so ich komme kurz aufs timer ok zwölf minuten das dach werden wir dann doch wohl nicht fertig schaffen ja leider aber kann man nichts machen wir gehen jetzt hier runter wir gehen jetzt wo sind sie denn das da sagt 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 und sagt und dann machen wir mal sagt und hier ist irgendwo eine höhle da ist eine erd spalte und ja sagt 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 der bleibt übrig genau eine treppe machen hier sagt so das wird jetzt immer noch nicht genügend aber liebe microsoft das war es von uns etwas früher haben wir jetzt schluss gemacht bis zur nächsten folge ich hoffe ich hatte es gefallen auf jeden fall bis dahin und wieder tschüss